Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein! Ansteckend? Wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezüchtet. Ja, ich frühstücke gar nicht mehr. Also nur noch eine Tasse Kaffee und dann esse ich jetzt mittags was. So einen kleinen Toast mit Rührei oder eine Putenwiener. Ich esse überhaupt kein Fleisch mehr. Ich esse nur noch Gemüse und Obst. Naja, das ist auch eine sehr gute Sache. Ich esse auch nochmal ein bisschen. Ich esse auch noch ein bisschen. Wir sind einfach ganz wichtig. Ich esse auch noch ein bisschen. Ich bin ein paar Tage dran. Katsache. Ich willッ jetzt nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020